Steir, die Stadt, die das Christkindl nicht nur besucht, sondern wo es auch einen fixen Wohnsitz hat. Christkindl ist der weltberühmte Steirer Stadtteil mit gleichnamiger Wallfahrtskirche und bekannten Sonderpostamt. Bis kurz vor Weihnachten war das Steirer Christkindl, heuer hieß es Silvia Schaub, persönlich anzutreffen. Im Übrigen auch gleichzeitig die Tochter des WAG-Wohnbetreuers Leopold Schaub aus der Geschäftsstelle Steirer. Ihre Aufgabe ist es, die gelebte Tradition authentisch zu verkörpern und Weihnachten eine sinnvolle Begegnung mit Jung und Alt zu geben. Wo sich das Christkind allerdings nach getaner Arbeit und nach der stillsten Zeit des Jahres von den Anstrengungen erholt, war bis Redaktionsschluss nicht herauszufinden. Der Steirer Christkind repräsentiert die Stadt Steir, da wir ja die Christkindlstadt Steir sind. Wir lesen den Kindern Geschichten vor oder wir spielen mit ihnen oder wir gehen einfach durch die Stadt und verbreiten Weihnachtsstimmung. Ich bin, ihr habt es schon vernommen, als Wachsfigur zu euch gekommen. Es war für mich so wie im Traum. Man kam zu mir und meine Frau, jedem Jung und Alt, Arm und Reich, einander die Hände, um gemeinsam die Ankunft unseres Herrn auf Erden zu feiern. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Steirer Christkindl wird man, wie man sich um jeden normalen Job bewirbt. Ich habe es in der Zeitung gelesen, eine Annonce und habe mich dann daraufhin beworben. Ich habe einfach gedacht, ich schaue mir das einmal an, weil mich Schauspielern ja so sehr interessiert und im Prinzip ist es ja nichts anderes. Dann bin ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, habe eine Bewerbung geschrieben und dann hat es gepasst und ich habe die Zusage bekommen, dass ich das Steirer Christkind sein darf. Natürlich ist auch das Kostüm nach historischen Vorlagen gestaltet. Spencer, Rock, Mantel, Krone und Häubchen nach barocker Art. Für die Farbgebung ist die Steirer Festtracht in Grün, Weiß, Silber Eindrucks, Eindrucksvolles Vorbild. Alle Bewohnerinnen und Bewohnern der Waag wünsche ich ein gutes, schönes, neues Jahr 2011. Nähere Infos zum Steirer Christkindl finden Sie unter anderem im Internet unter www.steir.info-steirer-christkindl.